Flugzeug fliegen, ich flieg voll gern. Wo flieg ich denn hin? In den Urlaub? Nein, ich stehe in den Urlaub in die Hölle! Das ging ja schnell, was passiert hier? Bin ich angeschnallt? Bestimmt nicht. Warum guckt meine Hose durch? Was ist hier los? Flugzeug! Oh, da fehlt was. Oh. Oh. Hm. Und jetzt? Nein! Ich glaube, ich lebe noch. Das ist mein Bein. Kann ich ihn aufnehmen? Nee. Oh, schade. Noch irgendwas sonst hier? Ich stecke ein bisschen fest. Komm ich hier durch? Nein. Okay, dann würde ich sagen, ich versuche es einmal nach da unten. Was gibt es hier? Oh, was haben wir hier? Einen Laptop. Den nehme ich mit? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich könnte hier drinnen ertrinken. Kann ich die Piloten noch retten? Nein, ist keiner da. Und keiner hat mich gerettet. Danke, Leute. Danke. Ich werde bestimmt wieder mit euch fliegen. Ich versuche es aufs Flugzeug zu schaffen. Aber ich komme gar nicht drauf. Nein, ich bin wieder drin. Dieses Flugzeug. Und nochmal. Ich habe was gefunden, was noch nicht ganz durchprogrammiert ist. Okay, ich habe es raus geschafft. Oh nein, da ist eine Turbine. Ja, eine Turbine. Okay. Ich habe überlebt. Yeah. Und damit. Hallo Leute. Und recht herzlich willkommen zu Stranded Deep. Ich habe es mal wieder geschafft, Stranded Deep zu spielen. Denn ich glaube, es hat sich wieder einiges getan. Zumindest habe ich ja jetzt einige Zeit verstreichen lassen seit dem letzten Mal. Und ich als alter Stranded Deep-Pionier sollte doch herausfinden, was es Neues gibt. Ob es was Neues gibt. Aber ich habe in den Patchnotes gelesen, es soll was Neues geben. Ey. Oh, ich hatte es gerade. Okay, komm mit Bord. Wir haben es geschafft. Unsere Anfangsinsel. Haben wir hier irgendwas? Da hinten eine Möwe und eine Plane. Ein Fass. Oh, da guckt was raus. Da guckt was raus. Was rausgucken ist gut. Okay. Ich presse gleich C. Ja, ich mache gleich das Tutorial. Aber da guckt doch was raus, oder? Okay, ich sehe jetzt nichts. Ich will jetzt aber auch mich nicht mit irgendeinem Highschirm anlegen. Bin gerade angekommen. Da guckt was raus. Ja, wir haben eine Anfangsinsel. Und hier gibt es auch gleich ein Boot. Okay, und dann recht herzlich willkommen also zurück zu Stranded Deep. Ja, ich würde einfach mal schnell darüber gucken. Aber als Anfangsinsel erscheint sie mir doch vielleicht ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ob wir hier genug Ressourcen haben. Aber ein Boot am Anfang zu haben, weiß ich, ist gut. Da ist ein Rochen. Der ist nicht gut. Oh. Kann ich die mitnehmen? Ne. Schade. So kann ich die nicht mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Ich habe eine Kiste, Leute. Oh, ich habe Luft hier drin. Das ist natürlich super. Okay, Tab drücken. Dann komme ich da rein. Das nehme ich mit. Äh, ich war da ein bisschen hart drin. Okay, aber das haben sie auf jeden Fall neu gemacht. Und Morphin nehme ich mit. Was haben wir hier? Oh, eine Torch. Verbandszeugen. Kompass. Das ist das Schlaraffenland hier. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Ne. Mit denen kann ich nichts machen. Da habe ich alles. Dann hier auf. Liegt hier noch was? Nein. Aber ich würde gerne... Komm ich hier hoch? Ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ich habe es geschafft. Vielleicht gibt es hier oben noch was. Ja, Barretts. Ein paar Fässer. Da ist noch eine Kiste. Oh, nice. Noch eine. Okay, und die Kisten selber sind ja auch schon neu. Dann hat es sich ja jetzt schon gelohnt, wieder reinzugucken. Okay, ich habe zwei Kisten und das schon zum Start. Für die Anfangsinsel. Und da hinten guckt doch auch noch was raus, oder? Also. Oh. Ich höre Musik. Ich glaube, der schwimmt... Nein. Schnell weg. Ich sollte aus dem Anfang. Press C steht da. Okay. Quickstart Crafting. Ich könnte... Aber das soll ich nicht machen. Ich soll so C drücken. Genau. Und ich soll ein Stone Tool craften. Okay, und wenn ich C gedrückt halte, kommt ein Quick Crafting Menü. Das ist auch neu, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Okay, das habe ich jetzt hergestellt. Und jetzt muss ich ein Messer herstellen. Das Problem ist, für Messer brauchte ich, glaube ich, Holz. Und... Brauche ich noch was? Keiner Plan. Ich brauche Plan. Keinen Plan, ob ich die jetzt schon brauche. Aber ich brauche sie einfach. Denn Plan sind... Nice. Okay, und Steine brauche ich auch noch. Das weiß ich auch. Okay. Dann. Gucken, was hier drin ist. Äh, mit Tab. Oh, nochmal verbannt. Ein Labelmaker. Okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Und ein bisschen Schrott. Eine Axt. Super gut. Und noch ein Kompass. Einen Kompass habe ich zwei. Okay, dann tue ich mal... Da kann ich nichts reintun. Da kann ich einen Kompass reintun. Ja, okay. Einen Kompass habe ich da reingetan. Achso, und ich kann... meinen Morphin da noch reintun. Das ist, glaube ich, wichtig. Okay, mehr geht nicht. Dann fange ich an, ein Messer zu craften. Was brauche ich dafür? Ich brauche Holz und... Äh, Lashings. Und dafür brauche ich Blätter. Jucca Palmen. Blätter. Okay, okay. Wie kriege ich die? Oh, ich habe eine Axt. Super. Mit der Axt kriege ich die noch schneller bestimmt. Da ist eins. Ja. Einmal Hauenhauen ist, glaube ich, echt gut. Und nochmal. Habe ich immer noch ein bisschen Musik im Hintergrund? Oder werde ich jetzt paranoid? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ein Kumquat Frucht. Oh, das ist Glück. Okay. Wie geht's uns? Gut geht's uns. Heffi. Okay. Oh, hier ist ein Riesenjucca. Oh, Jackpot. Jucca Jackpot. Oh, hier ist ja richtig viel. Alles hier ist meins. Die Jucca Palme hier ist meins. Der Tree hier ist meins. Oh, und ich habe Stöcke. Sehr gut. Dann habe ich alles, um... Das Messer zu craften. Perfekt. Also, gehe ich davon aus. Ich brauche das. Ich brauche das. Und jetzt brauche ich ein Messer. Okay. Oh, einen Bogen könnte ich auch immer gebrauchen. Und ein Fishing Spare. Und ein normaler Spare. Ich würde mal einen Fishing Spare machen. Irgendwas ist im Wake. Ah, hier. Warte, warte. Ging's nicht hier irgendwo? Gerade? Hä? Ah, da ging's. Okay, über mir geht's. Okay, ich stand auf dem Stein da, oder? Ja. Da ist das Messer. Das muss ich auch mitnehmen. Okay, was habe ich zu viel? Da könnte ich doch noch... Da sind noch zwei, oder? Achso, ich brauche noch mal zwei, um daraus was zu machen. Ein Campfire soll ich jetzt aber eh bauen. Dann kann ich nichts bauen, weil ich nichts mehr habe zum Bauen. Okay, dann das mitnehme. Und kann ich hier drinnen stehen? Ja, es funktioniert. Aber es ist ein Hook. Ist das nicht ein Anker? Okay. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich brauche mehr Stücke, oder? Brauche ich noch was anderes für ein Campfire? Ich gucke mal, wenn ich da stehe. Ey. Ein Campfire. Das ist bei Structures, glaube ich. Genau, hier oben. Viermal Stücke. Das sind viermal Stücke. Ich muss was loswerden. Das hier muss ich mal kurz loswerden. Den Fishing. Achso, ich habe das hier eigentlich nicht. Genau. Ich habe noch keine Pfeile. Dann brauche ich auch noch keinen Bogen. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Und gib mir das. Und jetzt müsste ich doch ein Campfire machen können. Ja. Nein. Da wollte ich es nicht hinbauen. Ey. Oh, was ist das? Das ist eine Kartoffel. Sieht fast so aus. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich da ein Campfire gemacht. Jetzt muss ich was zum Anzünden craften. Ja, ist ja gut. Ähm. Tu es. Da. Zweimal Stöcker. Zweimal Stöcker. Dann die Axt nehmen. Hier ist ein Baum. Und der gibt nämlich gleich Stöcker. Wenn ich die Palme fälle, glaube ich, kriege ich wieder Baumstämme. Oder? Also es war mal so. Ich weiß aber nicht, ob es immer noch so ist. Ich weiß, dass es mal so war. Hier ist auch noch ein Baum. Den kann ich doch bestimmt auch noch fällen. Wenn ich einmal hier bin. So. Gib mir deine Stöcke. Okay, gibst du mir nicht, dann wollte ich trotzdem das da herstellen. Kann ich das nehmen? Nein. Oh, ich habe so viel Zeug mit. Ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss mich, ich muss mich neu organisieren. So, werden wir aber was los. Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Die Kumquat. Die Esma. Geht es mir jetzt noch gut? Ja, warum ist es mir so heiß? Ey. Habt ihr das gesehen? Warum ist meine Haut so rot geworden? Steht da irgendwas? Hä, okay. Geh ich mal kurz ins Wasser. Vielleicht mich mal abkühlen. Ist meine Haut jetzt besser? Ne, ist immer noch so rot. Ja, es ist ziemlich heiß. Ich muss das Feuer aber nehmen und das Feuer anmachen. Vielleicht auch was später. Vielleicht sollte ich noch kurz mich um andere Sachen kümmern. Wie? Um Materialien und um... Wartet. Da. Kokosnüsse. Ich mag Kokosnüsse. Und ich kann hochspringen. Nice. Okay, ich stehe hier, glaube ich, doof. Ich kann nicht springen. Ah, dann die komme ich nicht. Okay, gibt es hier noch eine dran? Ja, da ist noch eine. Da komme ich aber auch nicht dran. Da. Na. Die habe ich auch. Und das nur durchs Hochspringen. Ha, ha. Work smart. Nicht unbedingt hart. Manchmal muss man auch hart arbeiten, aber... Wenn du es kannst, mach es... Auf die intelligente Weise. Ha, da komme ich nicht hoch. Okay, ich kletter mal hoch. Zwei Stück. Und wieder runter. Geschafft. Okay, Kokosnüsse habe ich auch gesammelt. Dann muss ich wieder zu meinem Campfire. Und... Wo habe ich... Das Campfire hingemacht? Das ist eine gute Frage. Lass mal, kann ich die Kokosnüsse hier hin tun? Hopp, 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 hopp. Vier Stück. Fünf Stück. Oh, ich bin der Kokosnussmeister. Vielleicht finde ich auch noch mehr. Aber ich soll das Campfire anzünden. Das steht da. Wo habe ich das Campfire hingestellt? Da habe ich schon mal das. Und dann sollte das Campfire auch nicht allzu weit sein, oder? Genau. So. Interact. E. Und jetzt? Ah, ganz viel klicken. Ich mache das Feuer an. Komm schon. Ein bisschen pusten. Komm schon. Warum geht das Feuer nicht an? Ich brauche ein Feuerzeug. Ja, ich habe es angemacht. Okay, auch das hätten wir geschafft. Auch das hätten wir geschafft. Töte eine Krabbe. Ich töte eine Krabbe. Gut, jetzt muss ich das Feuer ja nicht neu anmachen. Ähm. Mit der Axt könnte ich die töten. Das weiß ich. So war es zumindest beim letzten Mal. Schaut doch gerne da vorbei, wenn ihr selbst erfahren wollt, was sich so geändert hat. Aber ich glaube, das Crafting-Menü hat sich schon einiges geändert. Ist ja echt keine Krabbe. Ist ja echt keine Krabbe. Krabbe. Da ist eine. Habe ich ein Glück. Krabbe. 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 Ja. Äh. Okay. Ich glaube, ich muss sie mit dem Messer abziehen. Ich habe kein Messer. Wo ist das Messer? Nein. Hier ist das Campfire. Habe ich kein... Ich habe doch ein Messer gemacht. Habe ich... Nein. Nein. Also ich weiß auch, dass man früher drumherum stehen konnte und dann auch was ausgewählt hat. Nee, ich habe echt kein... Achso. Oh, jetzt habe ich den gecraftet. Nein. Hier weg, wenn das Messer... Ähm. Kann ich aber auch erstmal fallen lassen. Nee, ist echt kein Messer da. Komisch. Dann muss ich nochmal eins machen. Habe ich das irgendwo fallen lassen? Wenn, dann müsste ich es ja hier fallen lassen haben. Oder? Ja, eigentlich hier so, aber... Oh, das werde ich hier in dem grünen nie wieder finden. Naja, ist ja auch egal. Kann ich... Hm. Ich brauche Steine. Steine lagen da, wo die Krabbe war. Das weiß ich. Einer lag da noch. Einer lag da noch. Aber einer reicht nicht aus. Da ist einer. Aufheben. Ich brauche noch einen. Da ist noch einer. Ja, genau. Hier bei der Krabbe. Jetzt muss ich wieder das Steintool machen. Um dann... Um dann... Okay. Wieder auf die Jucca-Palme zu gehen. Genau. Hier. Ich glaube, ich brauche nur zwei. Ich habe, glaube ich, noch zwei gehabt. Um dann hier drauf zu gehen. Um dann hier drauf zu gehen. Und dann kann ich hiermit hier dran gehen. Genau. Und... Oha. Das ist richtig... Das Blut gespritzt. Das war ein bisschen eklig. Okay. Und jetzt zu dem Feuer. Das hoffentlich noch brennt. Lange genug. Ja, das sollte noch lang genug brennen. Ähm... Wie geht es mir? Ganz gut. Ein bisschen Wasser könnte ich gebrauchen. Aber sonst ist es okay. Dann das hinwerfen steht da. Und mit der Maus drüber halten. Kann ich das jetzt hier irgendwie ablegen? Oh, das liegt doch ganz gut. Es liegt drauf. Es liegt drauf und brät. Ja, okay. Cool. Es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch auf das Ding der Glocke warten. Ich kann hier auch nicht durchgehen. Ich glaube, da kann man noch was mitmachen. Ich glaube, das sind Kartoffeln. Ich glaube schon. Die sahen doch früher auch so aus. Okay. Das hier ist doch genau sowas. Hier kann ich wieder durchgehen. Komisch. Ich brauche noch ein paar Steine, bevor es dunkel wird. Da sehe ich nämlich nichts mehr. Ähm... Ähm... Na gut, ich habe eine Fackel. Die könnte ich da anzünden. Aber... Und eine Taschenlampe. Aber... Nein! Hier gibt es keine Steine, Bär. Doch, hier ist noch eine. Die sind echt gut in der Landschaft eingearbeitet. Okay. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch eine Ressource. Ich denke, Holz. Altholz. Treibholz. Aber Steine treiben leider selten. Hier ran. Oho. Ist das Fleisch schon fertig? Habe ich das etwa nicht gehört? Wie sehe ich das? Indem ich da... Oh! Was lag hier? Ne, das war das. Ah, das war das Campfire bestimmt. Hm. Okay. Small Meat. Aber bist du jetzt schon gebraten? Hm. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann es da noch ein bisschen drüber hängen lassen. Okay. 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 Ja, jetzt habe ich das Ding gehört. Habt ihr es auch gehört? Ich gehe mal gucken. Jetzt müsste auch bestimmt was anderes dran stehen. Und? Cooked Small Meat. Perfekt. Okay. Und trinken haben wir auch noch. Dann? Cooked Small Meat. Essen. Auch gegessen. Okay. Na gut. Hätten wir jetzt nicht essen müssen. Aber wer weiß, wie lange das hält. Ich wollte es nicht verkommen lassen. Okay. 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 Bei dem Boot waren wir auf dem Boot waren wir und haben alles geholt. Gut. Da wäre noch ein Boot. Sonst haben wir alles. Dann soll ich mit meinem Messer eine Kokosnuss öffnen. Das kann ich auch nachts. Aber. Nein. Ähm. Kuh. Nein. Kuh. Tap. Nee, da ist keine Taschenlampe drin. Da ist auch keine Taschenlampe. Natürlich nicht. Taschenlampe. Doch, da. Ähm. Wie mache ich die an? Und so. Kann ich die auch hinwerfen mit Kuh? Ja, aber dann ist die aus. Schade. Sehr schade. Aber ich hatte noch eine Fackel, oder? Ja. Kann ich die, kann ich die, kann ich die, kann ich die da dran mal anmachen? Ähm. Interact. Ja, ich habe sie angemacht. Wir haben eine Fackel, Leute. Ich weiß zwar nicht, wie man sie repariert. Ich glaube, da kann ich mich noch an manches Drama erinnern. Aber wir haben eine Fackel und jetzt hier Licht. Haha. Ich habe mich drum gekümmert, um ein bisschen Ambiente zu sorgen. Okay. Wir haben sie geschät. Und jetzt müssen wir sie, glaube ich, noch aufmachen. Immer einmal. So. Ich würde das mal eine nehmen. Und trinken. Hm. War jetzt nicht so der Hochgenuss anscheinend. Okay. Und zwei hintereinander. Ähm. Jetzt? Ja, und jetzt bin ich nur müde. Sehr gut. Und jetzt soll ich mir noch ein Shelter zum Speichern bauen. Und das machen wir auch noch. Dazu brauchen wir, glaube ich, wieder Seil. Man braucht doch immer Seil. Okay. Ich sollte die Fackel mitnehmen. Komm mit, Fackel. Komm mit. Ähm. Kann ich dich hier drauflegen? Nicht wirklich, aber hier machst du ein bisschen Licht. Da wäre Jucca. Im Dunkeln zwar noch. Aber da. Und haben wir noch irgendwo Jucca? Hm. Ich glaube. Oh. Ich habe mich übelst erschreckt. Ich dachte, es wäre wieder eine Schlange oder sowas. Ich wollte nicht sterben, Leute. Aber ich glaube, das sind Fledermäuse. Ja, genau. Da sind sie. Okay. Aber Schlangen muss ich mich trotzdem drum kümmern und Sorgen machen. Jucca brauche ich erstmal. Genau. Da wäre noch welche. Ich kann nicht, ob die nachwachsen. Also auch die kleinen. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, alles weggejuckert, was ich weggejuckern konnte. Dann. Was brauche ich für ein Shelter noch? Einmal das. Das kann ich nicht herstellen, weil ich nicht genug habe. Weil ich nur drei habe. Ich brauche noch einen. Einmal Jucca. Einmal. Einmal. Komm schon. Echt jetzt? Habe ich hier noch ein Seil? Nein. 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 Diese Insel ist zu klein für den Start. Ich habe nur eine Jucca gekriegt. Eine Jucca zu wenig gekriegt. Ja, es ist eine. Da ist eine. Ja. Glück gehabt. Okay. Okay. Und jetzt muss ich noch eine. Was brauchte ich jetzt? Ah, okay. Blätter. Ah, Palmenblätter. Okay. Ich hatte schon Angst, dass ich hier eine Blätter brauchte. Okay. 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 Dann eine Palme weghauen. Die hier. Die sieht so aus, als ob sie weghauen gehört. Ah, sie wächst nach oben. Das heißt, sie wird weghauen. Da fällt sie. Oh, da ist eine Kokosnuss abgefallen. Ich habe es genau gesehen, bevor sie wegrollt. Wo ist sie hin? Da ist sie. Noch eine? Nein. Okay. Dann Palme. Gib mir deine Blätter. Schau mal das ab. Und. Ja. Und jetzt vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Gab auch perfekt vier Blätter. Oh. Gut, ich habe alles. Oder? Nein. Ich wollte das gar nicht machen. Hör auf, das irgendwas zu machen. Ähm. Wie komme ich da wieder hin? So. Ja. Ein Shelter. Okay, okay. Das wäre noch eine gewesen. Vielleicht wachsen die auch nach. Keine Ahnung. Da ist eine Krabbe. Verschwiegende Krabbe. Oh. Hier ist eigentlich perfekt für so ein Shelter. Schade. Da kann man nichts draufsetzen. Aber hier in die Luft, ja. Nee, nee, nee. Dann setze ich es mir hier oben perfekt drauf. Da müsste ich vor wilden Tieren gut geschützt sein. Okay. Interact. Save the game. Game saved. Okay. Jetzt sollte auch nichts mehr passieren können mit dem Spielstand. Perfekt. Okay. Und dann gucken, wie es mir geht. Ganz gut. Schlafen wäre angebracht. Dann. Oh, es geht gerade nicht. Ich. Interact. Sleep. Craft the hammer. Hätte ich noch machen sollen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da. Und guten Morgen, liebe Sonne. Dann. Wie geht's mir? Oh, ich hab Durst gekriegt. Richtig Durst. Ähm. Empty. 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 Ich hab nur noch zwei. Oh. Ich muss unbedingt einen Solar Shelter bauen. Oder irgendwas, mit dem ich mir Wasser besorgen kann. Trinkable. Trinkable. Okay. Und? Ist ein bisschen gestiegen. Okay. Dann würde ich die hier noch essen. Oh, ich hab sogar noch eine. Stimmt. Aber den nehm ich mal lieber mit. Okay. Und? Eins. Zwei. Empty. Drei. Vier. Ich glaub, man kann immer nur vier nehmen. Ja. Eins von vier. Zwei von vier. Drei von vier. Vier von vier. Und voll gegessen. Sehr gut. Was brauch ich denn für so einen Shelter? Structures. Kämpfeier brauch ich jetzt nicht. Ich brauch ein Shelter. Dafür brauch ich drei Steine noch. Und einmal Seil. Oh, es gibt sogar jetzt ein Furnace. Cool. Ein Brennofen. Oh, und man kann anscheinend auch Steine machen. Ein Brandstein haust sich dann bestimmt. Aber wir brauchen Ostmands Shelter. Zum Trinken fassen. Und so Wie krieg ich denn so ein Fass? Ich hab keine Ahnung, wie ich so ein Fass da lose kriege. Aber was ich weiß, ist, dass ich da runter will. Ich will da hin. Da will ich hin. Komm schon. Schneller. Ah, und mit Doppel-W hält das auch gedrückt. Also dann zieht der komplett von alleine. durch. Ja, da guckt schon ein Stück raus. Schwimm. Ach nee, das sind Steine. Okay, aber hier das ist doch ein Mast, oder? Ein Bootsmast. Äh. Ich schwimm. Ja, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Boot. Das Problem ist, ähm ... Das Problem ist ... Ähm, da ist was. Das nehme ich mit. Da, nach oben. Oh, nach oben. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist ganz schön tief. Wow. Also ich könnte noch versuchen, hier unten reinzukommen. Da muss ich nochmal hier hoch. Und runter. Runter. Hier wäre so ein Barrel. Das würde ich ja gerne mitnehmen. Ja. Ja. Ich kann so ein Barrel. Ich kann es aber nicht mitnehmen. Ah nein. Ich muss hier hoch. Schnell. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich höre schon den Hai. Da ist der Hai. Interact. Interact. Schnell. Warum muss ich irgendwas holen? Zum Climpen. Ich will gar nichts Climpen. Schwimmen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh. Hui. Böser Hai. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Und wir haben diese Kiste. Wie viele Kisten haben wir jetzt schon? Drei Kisten. Aus einer Insel. Also wir müssen unbedingt noch mal zu einer der weiter entfernten Inseln. Aber das ist schon super. Dann. Noch eine Kiste. Kiste. Was ist hier drin? Alles für eine Schatzkisten. Oh, noch eine Lampe. Oh. Das ist super. Ein Tank ist schon mal gut. Und noch eine Taschenlampe. Ein Kompass. So. In welche Richtung haben wir da geguckt? Nach Norden? Also es ist wichtig, dass wir uns später damit orientieren. Ich habe ja sogar zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.